Ich ging bis dahin und kam nicht weiter, weil ein Megalitz mir im Wege stand. Ich verweilte unentschlossen, setzte mich in den nassen Sand. Alle Wege waren so blockiert, kein Pfad war mehr wandelbar. Mein Ziel war vorerst aussortiert, mein Problem, wo ich keine Lösung sah. Umzukehren war mir zuwider, obwohl Verzweiflung mich erfüllte. Traurig blick' ich auf zum Himmel, wie ich mein Leid entgegenfüllte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mir den Stein in den Weg gestellt? Ich begreif's nicht, kann es nicht fassen, dass du es bist, der mir in den Rücken fällt. Ich begreif's nicht, kann es nicht, kann es nicht, kann es nicht, kann es nicht. Ich grübelte nach der Lösung, die Eingebung kam wie ein Schlag. Ich musste den Stein hochheben, um zu sehen, was drunter lag. Geschwinder hob ich mich wieder, wollte den Stein zur Seite drehen. Trotz meiner Kraftanstrengung blieb er auf der Stelle stehen. Diese Kistnis blieb mir auch verwirrt, mein Weg ist immer noch blockiert. Ich setzte mich zurück in den Sand, noch warten, wenn der Stein erodiert. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mir den Stein in den Weg gestellt? Ich begreif's nicht, kann es nicht fassen, dass du es bist, der mir in den Rücken fällt. und wenn das nicht, kann es nicht, kann es nicht. Untertitelung. BR 2018